aber war sauber vorbeigekommen ich denke ich habe auch gut platz gehabt oder blau blau mein monitor ist aus oder ein oder fliegt an die bande scheiße was oder gut das rennen ist auf jeden fall für mich gelaufen na genau so bin ich einmal donato rangekommen da oben es war klar bei mir war das schon in der mauer das war jetzt in der mauer oh beißler oh wusch oh je scheiße aber dass ich die uruch so beschissen nehmen weil ich habe sie normal angefahren aber irgendwie kann ich die nicht voll nehmen wahrscheinlich war das problem ich wollte sie wahrscheinlich voll nehmen und es ging dann voll in die hose sah so aus ja und um an wo unsch also am hesslich am hesslichsten ist für mich immer noch der Red Bull sollten die diese Zebra Dings da behalten diese Lackierung was unerlaubt ja ja ich bin aus Gras gekommen dann war es wahrscheinlich oder war es vielleicht entweder McLaren oder das war warum höre ich die Ansage nicht weil wir zwei kommentatoren und jetzt das Jogger geht an die Box ja ja klar das war eine Abkürzung oh Gott das hat eine Boxeinfahrt ein das war also eng also bis zur dreißigsten ja schön aufgestiegen gerade so ein bisschen ne und ich habe gekürzt gerade zur richtigen Zeit zu dir geswitcht ein gott erlaubt das Auto klingt beschissen vielleicht ist das der Arno und wenn jetzt sich der Bart da drin verheddert eigentlich die ganze Zeit in der in der Felge drin diesmal habe ich es aus der Sicht von Vettel gesehen da war ein bisschen Gras mit dabei hast du es gesehen? Fangen ich dachte so boom sagst du mal nichts komm und er hat das doch gesehen kommt auf den Zettel, 22. Runde, Kenny was aber nicht schlimm ist ja das Rennen ist voll langweilig Achtung, Unfall voraus irgendwo hat das hier gekracht nach der O-Rouge oh shit, wow wow, 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 wow Alter, was war das denn? boah, da ist Grosjean ist in irgendwas Rotes da reingekracht, glaube ich und hat den voll weg katapultiert das habe ich gar nicht gesehen bei mir kann man das leider nur ganz, ganz weit ganz klein vorne sehen aber ich Safety car auf der Strecke Alter wie der den gefickt hat wie der den wow also der Grosjean hat irgendeinen runtergeschossen oder wie? nee, da stand einer wohl quer auf der Strecke und Grosjean ist halt durch den durchgebügelt du gehst jetzt rein, Kenny ich war schon drin ah, okay ah ja, stimmt Alter, was macht ein Hemmeln? überholt der Safety car, oder was? what the fuck is denn that? sah gerade geil aus kommt auch in die Outtakes, Joker aber was soll denn das? was soll denn das? fährt der da jetzt vorne alleine weg, oder? ja, ja, der fährt volle Möhre da alleine vorne weg hä? der fährt nur noch mit 90 kmh da rum jetzt bremst du sich ein, oder was? jetzt ist ihm gerade eingefallen, dass noch ein Safety car auf der Strecke geht scheiße was mach ich denn da? ich hab keinen McLaren überholt, fuck der fährt mit 92 kmh in Urucho, jetzt hat er beschleunigt ja toll es ist doch ein Geschiss hier ey boah Gutierrez, oh man, Flügel abgefahren ey, du bist doch ein Honky Tonk man ey ja, Estefan Gutierrez, der hat die Zaune zurecht passt du auf normal? ne ok, pusht volle Kanne wie man gerade merkt weiss ich ne nimm dir der Luis ich glaub Joker kriegt so nen Harten, wenn er da jetzt gewinnt yes, yes, boah der nimmt ihn jetzt, der Luis, der nimmt ihn jetzt von hinten, Achtung der ist tschüss tschüss Luis das war's für Hamilton Joker führt gz Joker sehr schön könnt's nur noch Heiler nach Hause bringen gut das der nicht rübergezogen ist Kenny ja, dachte ich mir auch gerade ins Tank der Blitz ja, das mache jetzt alt ooooh mein Gott, Unfall, Unfall, Unfall strafe mal 1 Keni! Alter, was? Oh, irgendwen hat's da hinten zerfickt, oder? Rosberg, oder? Rosbergfäden... Ne, Endblade. Mal wieder der Rosberg. Geht's jetzt schon? Vielleicht kann ich doch noch die 10 Sekunden Vorsprung halten, damit ich mich dem weggerödelt hab. Lass das 10 Sekunden sein, ey. Oh, Kenny. Hat nicht ganz gereicht. Rosberg ist noch an dir vorbei gekommen. Du bist vierter geblieben. Trotzdem. Warte, noch rausgeholt hast, Kenny. Doch wenn du jetzt natürlich nicht so glücklich bist. Und, Kenny, was sagst du dazu? In der letzten Runde noch verkackt? In den letzten drei Kurven hab ich die verkackt. Ja, GZ-Joker, ähm... Ich würd gern die Aufnahme jetzt beenden. Also, ich würd mich schon noch gerne jubeln sehen. Ja, ja, ja. Komm, ich jubel dich. Ich würd mir doch diesen einzigen Sieg in dieser Verfick machen. Mach ich ja, mach ich ja. Ist ja alles gut. Hast du ja gut gemacht, Joker. Zeig mich ohne Auto. Als Wonder Woman. Mit Batman-Maske. Ja, ich bin Batman. Ja, ja. Ja, danke für's so schon bis zum nächsten Mal. Und dann sehen wir uns wieder in Monster. Bis dann, Jo-Jo. Ich sag auch Danke an Kenny. Danke an Joker. Oh, Gott. Oh, Gott.